In diesem Video geht es um die besten drei Walkie-Talkies. Der erste Platz geht an das High-End-Produkt. Mitland XT60, ein PMR446, Funkgerät mit allen wichtigen Funktionen. Die beiden Funkgeräte haben 24 voreingestellte Kanäle und 69 LPD-Kanäle. 38 CT-CSS-Töne und 83 DCS-Töne stehen für störungsfreie Anrufe zur Verfügung. Darüber hinaus verfügen die Geräte über Rauschunterdrückung, Freisprech-Vox-Funktion, Kohl-Funktion und Kanalsuche sowie alphanumerische LC-Displays. Die Leistung beträgt 500 MB erb. Die Funkgeräte sind mit einem 2-PIN-MIG-SPK-Zubehöranschluss und einem Micro-USB-Ladeanschluss ausgestattet. Jetzt direkt sparen, der Link zum Produkt ist unten in der Videobeschreibung. Der zweite Platz geht an den Preis-Leistungssieger. Diese Valki-Talkis verfügen über 8 Kanäle sowie eine Kanalsuchfunktion, um die Aktivität zu überprüfen. Die auffällige gelbe Front bietet eine hohe Sichtbarkeit. Es handelt sich um wiederaufladbare Valki-Talkis, die das USB-Laden unterstützen. Dies ist ein großer Vorteil für Sie, wenn Sie das Ladegerät Ihres Smartphones verwenden. Kommunikation über längere Entfernungen in offenen Bereichen mit wenig oder keiner Blockierung. Das Continuous Tone-Coded Squash-System bietet bis zu 2662 Kanaloptionen, um andere Gespräche zu blockieren. Verwenden Sie den geräuschlosen Betrieb, um alle Töne zu deaktivieren. Sprachaktivierung und einfache Audioübertragung mit drei Empfindlichkeitsstufen für freihändigen Betrieb. 90 Tage Garantie und 30 Tage Rückgaberecht ohne Grund. Der dritte Platz geht an das Sparprodukt. Valki-Talki mit großer Reichweite, mit einer nicht abnehmbaren hochwertigen Antenne, bietet ein stabiles Signal und eine größere Reichweite. Die 1100 mAh Lithium-Ionen-Batterie kann 8 bis 12 Stunden lang halten, das mitgelieferte USB-Ladekabel ist sehr bequem für Outdoor-Aktivitäten. Egal, ob Sie sich in Gebäuden oder auf verschiedenen Etagen befinden, auch die Klangqualität ist sehr gut. Sie müssen nur auf denselben Kanal wechseln, Sie können miteinander sprechen, unabhängig davon, wie viele RT24 Sie haben. Mit der VX-Funktion können Sie die Valki-Talkis verwenden, ohne Ihre Hände für andere Arbeiten zu beeinträchtigen. Professionell, benutzerfreundlich, PMR446, vollständig legal in Italien und Europa, Sie können es verwenden, ohne sich um das Legalitätsproblem sorgen zu müssen.